Schönen Reihen! Zwickl-Zange! 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 Jetzt müssen wir eigentlich die hohe Richtung auf den Fahrer. Jetzt müssen wir eigentlich runter hier. Die letzten drei Wochen im Finale auf 0.5-0. Die Fahrer haben sich noch einmal auf die Gang. So, dann kommt er vorhin der Zufluss zu Siegern und es wäre schön, wenn ihr dabei seid, so ein Bluske, wenn ihr die Schlitten feiert, könnt ihr hier gleich mit Anion gegeben werden, beim Autobahn so sie erfüllt und die Zettel in den Passieren, hier sehen wir heute ab und neben euch mal auch jetzt schön eine sehr gute Reise, dass unsere Kunde in den Augenbrauen auf dem Wald die Schlittenfe aufpassen. Wir glauben, dass das für die Schlarm in Warnersau der Zufluss natürlich für euch statt. So, unser Kunde hier los geht schon mal ab. Das ist für Kullich-Vergebieter. Ihr denkt sich nicht gleichmit? Ja? ors ist ein Stück direkt. Ich habe mich schon gesehen, dass ich jetzt hier bin. Das ist hier bei mir. Ja, ja. Jetzt ist der Berge halt, ne? Ja. So, ich bin hier. So, ich bin da so. Der hat noch mal hier. Ich bin hier jetzt bei oben. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018